Am Anfang brennt das Feuer. Vor etwa zwei Millionen Jahren müssen unsere Vorfahren einen Weg finden, dieses zu zähmen. Sie kennen es als Wildfeuer, ausgelöst beispielsweise durch einen Blitzeinschlag. Dadurch entstehende Brände sind eigentlich eine Bedrohung. Doch das Feuer hat auch einen Vorteil, Wärme. Um diese zu nutzen, müssen die Urmenschen lernen, Feuer kontrolliert zu erzeugen, zum Beispiel mit Feuerstein und Zunder. Als die ersten Hütten entstehen, zieht die Wärme mit ein. Damit sich das Feuer nicht unkontrolliert ausbreitet, graben die Menschen eine Kuhle in den Boden, in der sie das Feuer entfachen. Durch ein Loch in der Decke gelangt der Rauch nach außen. Auf diese Art werden die Menschen noch weit bis ins Mittelalter heizen. Die antiken Römer sind allerdings schon viel früher weiter. Sie entwickeln das sogenannte Hypocaustum, was übersetzt so viel bedeutet wie von unten heizen. In der Antike gibt es also Fußbodenheizung. Voraussetzung dafür sind eingebaute Hohlräume unter den Böden und manchmal in den Wänden. Eine Feuerstelle außerhalb des Gebäudes sorgt für heißen Rauch, der dann gezielt in die Hohlräume gelangt und den Raum erwärmt. In erster Linie findet sich diese moderne Art des Heizens in römischen Badehäusern. Doch mit dem Untergang des römischen Reiches geht sie größtenteils verloren. Im Mittelalter wächst die Bevölkerung stark an. Die Menschen bauen ihre Häuser mehrstöckig. Die Heizung muss sich verändern. Die Feuerstelle rückt an die Wand und wird mit einem Kamin verbunden. Über den Schlot heizt eine Wärmequelle mehrere Stockwerke und die Luft bleibt rauchfrei. Parallel dazu entsteht der Holzherd, um Heizquelle und Küche zu trennen, sowie der Kachelofen, der noch effizienter heizt. Durch die Bevölkerungsexplosion im 16. Jahrhundert steigt der Bedarf an Heizmaterial. Die Menschen holzen dafür ganze Wälder ab. Alternativen finden sie in Form von Kohle oder Torf aus Mooren. Bis ins 18. Jahrhundert befindet sich die Wärmequelle immer dort, wo geheizt wird. Erst 1716 kommt der Schwede Morten Triwald auf die rettende Idee. Was, wenn man mit Feuer Wasser erhitzt und mit dem warmen Wasser den Raum beheizt? Das ist die Geburtsstunde der Zentralheizung, die häufig jedoch nur Reiche nutzen. Die meisten können sich nur den günstigen Kohleofen leisten. Erst die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sorgen für ein Umdenken. Die Menschen müssen Häuser neu aufbauen. Holz und Kohle sind durch den Krieg rar. Zentralheizungen direkt einzubauen wird rentabel. Die Menschen erschliessen neue Energiequellen wie Öl und Gas. Fast 30 Jahre lang beziehen westliche Länder diese Rohstoffe günstig von arabischen Exporteuren. Bis zur Ölkrise 1973. Ausgelöst durch Krieg im Nahen Osten steigen die Öl- und Gaspreise um das Vierfache. Der Westen ist gezwungen, alternative Heizmöglichkeiten zu finden. Davon profitiert besonders die Solartechnik. Dass man durch Sonnenlicht Strom erzeugen kann, ist zwar seit dem 19. Jahrhundert bekannt, doch erst die Preisexplosion von Gas und Öl treibt diese Technologie voran. In den Folgejahrzehnten soll Heizen energieeffizienter werden. Wärmepumpen oder das Heizen mit Holzpellets gewinnen an Bedeutung. Die Geschichte des Heizens erstreckt sich über Jahrmillionen. Was wir erkennen? Große Entwicklungssprünge kommen immer mit Krisen.